So, hallo und herzlich willkommen in Kera zum ganz großen Dankeschön-Video. Ich war, was das angeht, in letzter Zeit tendenziell wirklich sehr faul. Da möchte ich auch um Entschuldigung bitten, aber ich habe generell einfach eine Drehpause auch eingelegt gehabt. Vielleicht habt ihr das ein bisschen gemerkt. Ich habe sogar noch ein ganz kleines bisschen vorproduziertes Material übrig. Bin jetzt auch wieder am Drehen, aber tatsächlich bei den Dankeschön-Videos hat sich jetzt einiges angesammelt. Teilweise ist es wirklich sehr, sehr lange her, weil es hat schlicht und ergreifend kurzfristig... Also es geht ja nichts verloren, ja. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich bisher noch nichts verloren habe, was irgendwie da... Also soweit ich weiß zumindest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alles angekommen ist und nichts verloren gegangen ist, aber ja. Jedenfalls darunter sind halt auch ein paar Dinge dann halt, die teilweise wirklich ein Weilchen brauchen. Das ist ja auch nicht das erste Mal passiert, dass ich mal ein bisschen länger brauche. Und ich hoffe, das ist okay im Rahmen dessen, dass ihr mir ja... Ich gehe mal zumindest davon aus, primär was schenkt, weil ihr mir was schenken wollt und nicht primär, weil ihr sehen wollt, dass ich ein Dankeschön-Video dazu mache. Ich finde, das gehört sich so und ich finde auch einen respektvollen Umgang mit den geschenkten Sachen dann wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, wenn man da schon sowas geschenkt bekommt. Also Geschenke werden bei mir grundsätzlich, das möchte ich nochmal sagen, immer in Ehren gehalten. Und ich finde in irgendeiner Form irgendeine für mich sinnvolle Verwendung für das Zeug, ja. Also da könnt ihr sicher sein, dass das wirklich, das ist mir ganz, 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 ganz wichtig und ich freue mich daher auch wieder immer tierisch drüber. Was schon eine ganze Weile her ist, war dieses kleine Paket. Ich halte es jetzt alle absichtlich falsch rum. Da ist natürlich noch ein Absensor drauf. Mein Adresse kennt ja eh schon inzwischen die halbe Welt. Also die, die, nicht wirklich, dafür müsste sich die halbe Welt für mich interessieren. Das ist ja nun bei weitem nicht der Fall, aber ja, es kennen doch, also man kann sie rausfinden, wenn man sie dann wissen möchte. Ja, legen wir gleich los. Das liegt wirklich schon sehr lange rum und da, ja, sorry, sorry, sorry. Es sind ein paar Kleinigkeiten. Es ist unter anderem so eine richtig coole, selbstgemachte, ja, Kerze, Fackel, wie auch immer man das nennen möchte und ich wollte es mir extra aufschwachen bis zu dem Moment, wo ich das Dankeschön-Video dazu mache, dass ich die mal kurz anzünde. Deswegen, na, nicht nur deswegen, aber es brennt schon extra die Kerze im Hintergrund. Ah, ja, man kann es, denke ich, sehen. Wird beim nächsten nächtlichen Videodreh dann als Lichtquelle herhalten müssen. Krass, das brennt ja richtig, richtig, richtig gut. Ich vermute, das ist in irgendeiner Form ein Küchenpapier oder ähnliches. Dann sind da Holzschnipsel drin, ganz viel Wachs natürlich und da kann man toll selber machen, so was. Wow, das brennt ja echt richtig gut. Ja, also vielen herzlichen Dank auch für die Idee, das ist toll. Ich denke, so was baue ich mir auch mal selber nach, weil ich Spaß am Basteln habe, nicht weil ich unbedingt noch eine brauche. Sehr, sehr cool. Das brennt ja echt richtig gut. Gut, machen wir jetzt aber aus und ja, dann ersticke ich halt das bisschen Kohlenmonoxid. Das kann man ab, ne? Hoffe ich. Bevor sich jetzt wieder jemand aufregt, dass ich wieder mal im Keller rumgezimselt habe. So, dann haben wir hier noch eine, eine, du hattest geschrieben, Moment, ich muss kurz nachlesen. Dochte für Lampen, Dochte für Lampen, genau das war das. Also man kann die sicherlich auch als Anzünd, ja Anzündlitze, steht drauf, Ansteckklont. Und ich dachte zuerst, das wären, und die kann ich super, super, super gebrauchen, weil mein einer Dochte, den ich für meine Patrouillum-Laterne habe, ist inzwischen kaputt, beziehungsweise weggebrannt. Und das kommt eigentlich wie gerufen. Und da du netterwert, dankenswerterweise noch hinzugeschrieben hast, dass es sich um Dochte für Lampen handelt, perfekt. Also wirklich kompi gerufen, beziehungsweise ist er schon eine Weile da. Aber jetzt habe ich echt eine Verwendung für, weil das ist erst noch nicht lange her, dass mir der Dochte in meiner Lampe weggebrannt ist. Und habe erst spät kapiert, was das überhaupt ist. Ich dachte zuerst, das ist irgendwie so eine Anzündkordel, wo dann der Pfogel lange glimmt und man kann das irgendwie zum Feuer anmachen benutzen. Aber nein, beziehungsweise vielleicht auch, weiß ich nicht. Aber dafür werde ich es dann auch nicht nehmen. Im Hintergrundgeräusche ist übrigens Freundin, die dankenswerterweise jetzt doch so verzweifelt gelangweilt ist, dass sie noch meinen Schlagsack aufräumt. Du musst laut brummen, sonst versteht man dich nicht. Wir haben das Mikro dran. Ja, dann war noch drin... Brumm! Dann war noch drin ein Haufen so kleine Anglerknicklichter. Ganz toll, das sind jeweils Zweierpacks. Das finde ich auch sehr, 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 sehr toll. Weil, da nimmst du einen so ein Tütchen mit und hast gleich zwei. Die sind wirklich, wirklich klein. Die machen auch nicht viel hell. Aber für einen Depp, der nicht angeln kann... Und angeblich sollen die ja sehr effizient sein. Ich muss mich da mal schlau machen. Und wir wollen in Grönland sowieso auch einen Fisch fangen. Also Evelyn will einen Fisch fangen. Ich muss ihn dann... Sie macht ihn auch tot. Und ich muss ihn dann ausnehmen. Letzteres kriege ich hin. Fisch umbringen hätte ich schon wieder mehr. Ich weiß, ich bin... Der sieht einfach nicht konsequent. Ich esse Fleisch, ich esse auch Fisch. Aber ich mag es nicht umbringen. Ich bin ein schlechter Mensch. Das ist wirklich doof, ne? Aber ich kriege es trotzdem nicht hier auf die Reihe. Also in der Hinsicht muss ich ganz ehrlich charakterlichen Mangel mir zugestehen. Dann haben wir hier nur so zwei Zundis. Wir haben noch ein schädelchen Streichhölzlein. Jawohl. Auch immer gut. Kann man nie genug haben. Es waren auch noch ein paar Gummibären drin. Die habe ich aufgegessen inzwischen. Oh, ja, richtig. Richtig. Willst du probieren? Ah, was ist das? Trockenfisch. Trockenfisch? Ja. Das magst du doch nicht. Genau. Snack consisting of brush to lizard fish. Also Snack aus Großschuppen-Eidechsen-Fisch. Mutig? Ja. Mutig? Ähm, wir brauchen was zum Aufschneiden. Ja, zu viele Messer, ne? Ups. Ja, ja. Trausch dich? Also, Moment, ich halte es nochmal in die Kamera. So. Willst du Off- oder In-Kamera probieren? Off. Ihr Gesichtsausdruck ist zumindest... Aber hast du noch Knoppen und das kannst du... Ja, ich glaube, das gehört da irgendwie tatsächlich dazu. Das ist wohl mehr oder weniger der halbe Fisch inklusive Wirbelsäule. Echt jetzt? Sie guckt relativ freundlich, äh, wohl. Naja, ich habe jetzt nichts von der Wirbelsäule, nichts von den... Das kann man ja weglassen im Grunde. Drückenzeug, was da irgendwie noch dran ist, das finde ich jetzt ein bisschen speziell. Sonst aus den nordischen Ländern, aus Island und Norwegen getrockneter Fisch mag ich ganz gerne. Und der kann jetzt auch so, also... Das schmeckt schon anders, aber... Kann damit mithalten. Okay, gut. Dann haben wir einen Verwender. Ja, jetzt müsste ich doch theoretisch zumindest einmal ein winziges Stückchen probieren. Ich habe jetzt meine Vorkost darin. Schon gewöhnungsbedürftig. Das ist wirklich mehr oder weniger der komplette Fisch, glaube ich. Ja, da hinten hängt sogar noch die Flosse dran. Hm, ja. Das ist haltig. Also in homöopathischen Dosen kann man es essen. Ansonsten, herzlichen Dank, das ist auch super zum Leute erschrecken. Ich glaube, da werde ich noch, äh... Ich habe eine Freundin, die ist gerade schwanger. Das wäre doch mal eine Idee. Gibt es doch gar nicht. Nicht meine Freundin, eine Freundin. Du bist nicht schwanger. Hä, ach so die. Ja, so, da. Gut, wir machen weiter. Also vielen Dank, das ist höchst unterhaltsam. Vielleicht entwickeln wir ja noch eine kleine Vorliebe dafür. Evelyn ist weiter am testen. Mal knuspern. Dann haben wir noch einmal so ein Nudelring. Auch gut. Kann man auch immer brauchen. Mit Hühnergeschmack. Und wir haben noch ein Stückchen Kinspan. Ähm, ja. Vielen Dank, auch dafür. Äh, und auch cool, weil davon habe ich gar nicht mehr unendlich. Äh, mittelgroße Knicklichter. Sehr, sehr schön. Also das kann ich wirklich auch nochmal toll, ne? Die gehen wir tendenziell aus. Noch ein Bäckchen, Bäckchen von den Kleinen. Und, oh, ein Säckchen Gummibärchen ist sogar noch übrig. Schatz, mit du. Guten Tag. Guten Tag. Danke. Gut, das war das. Ähm, ja, also vielen, vielen, vielen Dank. Äh, Kleinigkeitpaket, trotzdem toll. Lagen leider lange rum, aber hat mich sehr gefreut. Gut, dann. Und jetzt will ich völlig willkühlige Reihenfolge. Also nicht in der, in der ich es zugeschickt gekriegt habe. Hier haben wir einen USB-Stick. Dazu gibt es natürlich noch einen Text auf der Rückseite vom Zerrpapier. Den will ich euch aber gar nicht zeigen. Und das ist jetzt einfach quasi so stellvertretend und dazugehört. Moment, wo habe ich es? Wo habe ich es? Da. Hier, ein Münchner im Himmel. Äh, wer das noch nicht kennt, das gibt es auch noch auf verschiedenen anderen Möglichkeiten, als auf DVD das Ganze anzugucken. Und in Bayern ist das wohl wirklich sehr, sehr bekannt. Ich, ich hatte auch schon mal davon gehört, kannte aber diese Version noch nicht. Äh, beziehungsweise kenne sie immer noch nicht, weil ihr seht, ist noch eingeschweißt. Ich bin noch nicht zum Gucken gekommen. Ist nicht böse gemeint, aber werde ich in Kürze nachholen. Ich weiß aber grob, worum es geht. Äh, steht auch hinten drauf. Muss man sagen, worum es grob geht. Nämlich, das ist wirklich eine ganz bekannte Geschichte. Der, der Engel Aloysius, ähm, das ist ein Bayer, der klingt gern Bier. Der stirbt, der kommt in den Himmel und muss da die ganze Zeit froh locken und Halleluja singen auf seiner Wolke und ist da sehr unglücklich mit. Und möchte dann zurückgeschickt werden nach Bayern, äh, und auf dem Wege gibt man ihm dann quasi noch mit, dass er doch bitte, äh, wenn er sowieso schon nach Bayern runterkommt, die göttliche Eingebung der bayerischen Regierung mitteilen soll. Leider kommt er nicht bis zur bayerischen Regierung, sondern landet im Biergarten und trinkt da Bier. Und bis heute hat er dann nicht damit aufgehört und, äh, deshalb ist die göttliche Eingebung bei der bayerischen Regierung bisher ausgeblieben. Sehr coole Geschichte, also da mal gerne mal schlau machen. Ähm, diese Version, wie gesagt, die gucke ich mir in Kürze noch an. Äh, generell, sorry, dass da so viel Funkstille jetzt, wer sich jetzt anders gesprochen fühlt, ne, äh, von mir auf diese, äh, gewesen ist. Ähm, 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 derzeit wirklich jede Menge zu tun. Ich hatte auch noch ein paar Führungen, äh, und, 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 äh, daher habe ich gedacht, ich integriere das jetzt einfach mal ins Dankeschön-Video und sage dir auf dem Wege dann nochmal Dankeschön. Du hattest mich dann noch gefragt, ob das, was im Kofferraum gelandet ist, da angekommen, von mir gefunden wurde, jawohl. Vielen herzlichen Dank dann auch dafür. Äh, wurde sehr, 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 äh, sehr, äh, sinnvoll in Essen. Äh, äh, umgewandelt. So, äh, und ja, der USB-Stick, da muss ich gestehen, habe ich auch noch nicht drauf geguckt. Ich könnte jetzt natürlich erzählen, dass ich das schon getan habe, wäre aber nicht richtig. Werde ich aber auch wirklich in Kürze nachholen. Ich nehme ihn jetzt dann mit zum PC, sobald ich hier jetzt fertig bin. Und dann schaue ich mal drauf, was da alles Tolles drauf ist. Äh, geschrieben hast du Dokumentationen und ein paar E-Books scheinbar. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ähm, auch einen USB-Stick kann ich gut gebrauchen, also da ich den ja auch behalten darf. Also auch da wieder vielen Dank. Und dann nochmal separat, weil das wollte ich auch nochmal loswerden. Vielen Dank für deine konstruktive Kritik zur Führung. Äh, auch das, äh, da bin ich teilweise am Umsetzen. Ich bin teilweise noch am drüber nachdenken. Das ist ein Prozess, das dauert bei mir immer eine Weile, bis ich sowas dann verarbeitet habe und so weiter. Aber dann ist es auch meistens, äh, sehr für mich sinnvoll verarbeitet. Ja, also, also auch vielen Dank dafür. Ähm, wenn ich das jetzt richtig zuordne, dass du das gewesen bist. Falls nicht, dann tut es mir ja leid, aber ich meine, das warst du. Äh, doch, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Gut, ja, also vielen Dank. Wie gesagt, den USB-Stick, den werde ich mir in Kürze zu Gemüte ziehen. Äh, den Aloysius ebenfalls. Ja, den stecken wir gleich in die Hosentasche, damit ich das nicht vergesse. Dann, weiter geht's, habe ich dieses Buch bekommen. Äh, zu so einem Buch, zu solchen Büchern, dieser, dieser Art in Anführungszeichen, muss ich generell jetzt kurz noch was erzählen. Nämlich, da ist jetzt hier der Verfasser derjenige, der es mir geschickt hat. Ähm, und da ich ja für mich beschlossen habe, dass ich keine Werbung machen möchte, kann ich, äh, beziehungsweise kann man mir unterstellen, wenn ich jetzt sage, oh, vielen Dank, äh, schönes, tolles Buch. Und ich weiß aber, dass derjenige, der es mir geschickt hat, der Verfasser ist, dann könnte man mir eine gewisse Kooperation mit dem Verfasser dann eben unterstellen. Also, sobald ich irgendwas als positiv hervorstelle, dass mir, äh, wo ich weiß, dass es eine Kooperation theoretisch ist, weil ich es geschenkt bekommen habe von denjenigen, der davon profitiert, wenn ich sage, dass es positiv ist, ähm, wie gesagt, dann kann man mir eventuell Werbung unterstellen. Und deswegen werde ich, äh, und da bist du mir hoffentlich nicht böse, ähm, in Fällen von Verfasser ist gleich, äh, derjenige, der es schickt, ähm, zwar dankend erwähnen und wirklich vielen herzlichen Dank sagen für das, was ich bekommen habe. Ich werde aber nicht sagen, also ausdrücklich nicht, ob das jetzt toll ist oder nicht, ne? Ja, also lediglich, das gibt es. Und vielen, vielen Dank fürs Geschenk. Und ich habe es auch gelesen. Und mehr, ne? Also, ich hoffe, ich hoffe, du bist selbst von deinem Produkt überzeugt und gehst dann eben davon aus, dass es mir auch gefällt. Äh, das denke ich sehr, sonst hättest du es mir wahrscheinlich nicht geschenkt. Und, 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 und dann, dann würde ich sagen, besteht eine große Chance, dass das auch so gewesen ist. Aber, äh, bestätigen oder verneinen möchte ich das halt einfach nicht. Aus, einfach dem Grund, weil ich, es ist mir wirklich, ich möchte einfach kein, wirklich nicht mit Werbung in Verbindung gebracht werden. Und deswegen möchte ich bei solchen, in solchen Fällen so handeln. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Äh, aber vielen herzlichen Dank auf jeden Fall. Und ich freue mich da auch drüber. Ähm, das würde ich auch tun, wenn ich es Mist finden würde. Und, äh, dann hätte ich immerhin eine negativ lustige Lektüre gehabt, über die ich mich auch freuen würde. Also, das nur nochmal, damit man mir nicht unterstellt, dass ich jetzt, weil ich mich bedanke, ja, das den gut gefunden hätte. Das möchte ich damit nicht ausdrücken. Genau so ein Fall ist, um das kurz nochmal auch nochmal zu machen, ist dieses Büchlein hier. Gleiches Phänomen, ja, Verfasser ist gleich Schenker. Äh, also auch da kann ich bestenfalls sagen, dass es eine sehr interessante Lektüre gewesen ist. Interessant ist aber nicht unbedingt zwingend positiv assoziiert, sondern könnte ja auch bedeuten, dass ich das für interessanten, aber unnützen Kempel halte, was da drin steht. Ja, und das kann ich jetzt weder bestätigen, noch verneinen, noch sagen, dass das ganz, ganz toll gewesen ist. Jetzt, äh, interessant darf ich aber, denke ich, als neutrale Aussage, äh, sagen, ohne jetzt gleich werbend hier irgendwie für tätig zu sein. Aber vor allen Dingen geht es mir darum, ich möchte mich herzlich bedanken für dieses schöne, für dieses, für mich schöne Geschenk, im Sinne von, dass ich mich freue, dass ich es geschenkt bekommen habe. Und, äh, ohne etwas zur Qualität auszusagen. Und, ja, ja, dankeschön. Ne? Und ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Das waren die beiden Fälle, wo Autor gleich Schenker und dann, äh, das haben wir lange überlegt, wie ich das machen soll. Deswegen haben die, äh, die Äußerungen zu diesen Büchern jetzt auch so lange gedauert, ne? Da habe ich teilweise schon ziemlich lang, insbesondere das, 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 das ID-Fend ist schon wirklich schon ganze Weile da. Ganze, ganze, ganze Weile. Muss man ja auch erst mal lesen. Und, äh, da habe ich jetzt lange überlegt, wie mache ich das am dümmsten. Aber ich denke, so ist es für mich selber am, am okaysten und ich hoffe für euch auch. So, was haben wir da noch? Ähm, ich hatte ja mal gefragt, wie denn das mit diesem, mit diesem, mit diesem Zeug hier aussieht, ne? Das ist jetzt eben entsprechend Quick Cloth. Das ist ein, äh, Blutgerinnungsbeschleunigungsmittel, äh, in diesem Fall auf einer kleinen Kompresse. Äh, gut, das ist auch nur ein Render. Weil das relativ kleine ist, beziehungsweise vier mal vier, sind das tatsächlich. Ich will die Verschweißung nicht aufmachen. Ich dachte mir, das schadet bestimmt nicht, wenn man so Verschweißblech transportiert. Das wiegt ja nix, das ist wirklich nur so ein ganz dünnes, ne? Das wiegt nix, aber, ja, ich meine, das sind, ich meine, das sind drei. Warum steht dann aber vier mal vier drauf? Also ich sehe, ach so, also ich sehe hier drei einzeln verpackte Dinger, wobei die sollten auch verschweißt sein. Dann könnten wir es eigentlich aufreißen, oder? Ja. Gut. Das ist auch neu. Ich mache ein Video, stelle Fragen und sie können von jemandem, der tatsächlich anwesend ist, beantwortet werden. Ja, genau. Also das sind drei Stück. Es gibt die auch noch in richtig fett. Das habe ich mich auch noch mal schlau gemacht, dass es die theoretisch auch in ganz groß gäbe. Die haben mindestens haltbar bis 28.12.2021. Wir hoffen, dass wir sie verrotten lassen müssen, weil das ist das Erste-Hilfe-Material. Wenn man das nicht braucht, ist man immer froh. Ich denke, das ist auch im Sinne des Erfinders. Und das sind wirklich relativ kleine, hier kann man es sehen, Bandage-Line, die man dann halt auch mal für eine nicht gleich gigantische Wunde verbrauchen kann. Ich habe viel, viel Rückmeldung von euch bekommen zu den Dingern. Einer von euch hat sie mir gleich geschickt. Und da also wirklich vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich denke, wenn man, ja, es ist, die haben bestimmt Vor- und Nachteile, ja. Mit Sicherheit haben die Vor- und Nachteile. Aber in diesem Fall möchte ich wirklich das Ganze, die ganze Diskussion da drum, die war recht, recht interessant, unter dem entsprechenden Video vielleicht darauf heruntersprechen, dass man eine Sache mit Sicherheit sagen kann. Im Zweifel ist haben bei so einem Zeug wirklich besser als nicht haben. Und ob man es dann verwendet oder nicht, das wird man dann sehen. Aber wenn man es hat, dann kann man es verwenden. Wenn man es nicht hat, kann man das nicht. Und außerdem, die sind ja die Besseren, die sind heat-free da, ne. Das Problem nämlich ist, bei den Älteren, beziehungsweise den Standard-Teilen von denen, von diesen Quick-Cloth-Dingern, kann ein bisschen Hitzeentwicklung entstehen. Und das kann dann wieder diverse andere schädliche Einflüsse haben. Ich will jetzt auch gar keine Abhandlung zu diesem Zeug halten. Wirklich nicht. Ich habe mich da auch schon ein bisschen mit auseinandergesetzt. Aber wenn welche, dann sicherlich diese Heat-Free, also von das, was das angeht, wie gesagt, vielen herzlichen Dank nochmal. Und die nehmen wir auf jeden Fall, also nicht, vielleicht nicht alle sechs. Gibt es mich nochmal so ein Briefchen? Vielleicht nicht unbedingt alle sechs, aber wir nehmen auf jeden Fall welche mit nach Grönland. Die wiegen so wirklich überhaupt nichts. Also das sind drei, vier Gramm. Keine Ahnung. Also das ist gefühlt wirklich nichts. Und ja, sollten wir sie brauchen, geht es nochmal ein separates Dankeschön. Oh ja, dann ein großes, dann ein großes. Die sind nicht billig, wissen wir auch. Die sind ja für Evelyn und mich. Also Schatz, du könntest ruhig mal ein Danke brüllen. Danke. Danke. Danke, also ja, das war ein Danke an sie, damit sie danke. Jedenfalls, also ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich sehr gefreut. Auch weil Evelyn der Meinung war, müssen wir nicht unbedingt haben. Da sie aber grundsätzlich der Meinung ist, dass man irgendwas nicht haben muss. Und sie diejenige ist, die gegebenenfalls dann auch mehr davon profitiert als ich, weil sie ja die Bluterin ist. Möglicherweise, außerdem verletzt sie sie ständig im Gegensatz zu mir. Ja, möchte ich mich nochmal ausdrücklich eben dafür bedanken, dass wir das jetzt haben, obwohl sie es nicht haben wollte. Und sie in dieser Hinsicht, damit hat sich die Frage geklärt, ob wir es brauchen oder nicht. Weil ich kriege keinen Ärger, dass ich es gekauft habe. Also ideal. Okay, Schatz. Ja, Schatz. So, wir machen weiter. Und dieses Buch, da kann ich jetzt sagen, dass der Autor definitiv nicht derjenige ist, der es mir geschickt hat. Zusammen übrigens, den hatte ich schon mal woanders kurz erwähnt, einen kleinen Amazon-Gutschein, den ich in mein Solarpanel investiert habe. Hier nochmal kurz das Solarpanel. Du meintest für E-Books, wäre auch schön gewesen, aber ich habe gerade ein Solarpanel gebraucht und da ist mir das gerade spontan eingefallen mit dem Gutschein, und ich denke, da habe ich ein ganz, auch in was lange, lange Anhaltendes eben entsprechend investiert. Du hattest mir, glaube ich, ich meine, das warst du, hierzu auch schon mal einen Kommentar geschrieben gehabt zu diesem Buch. Wäre jedenfalls ein komischer Zufall, wenn da jemand anders jetzt so einen langen Kommentar schreibt. Und deshalb vermute ich, dass das zusammenhängt. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ganz, ganz tolles Buch. Also das möchte ich jetzt wirklich ausdrücklich empfehlen, wer was zu lesen haben möchte und der englischen Sprache fließend mächtig ist. Ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Das ist übrigens das Originalfoto von diesem Mann. Das ist der Herr Tom Krenn. Queen Krenn. Ich bin mir nicht sicher, wie man den jetzt wirklich hundertprozentig korrekt ausspricht. Ich würde ihn Krenn aussprechen wollen. Arctic Survivor. Wir wissen hoffentlich alle, dass Amundsen und Scott sich ja das berühmte Rennen zum Südpol geliefert haben in der großen Südpol-Erkundungszeit, der großen Arktis-Erkundungszeit um 1900, mehr oder weniger um 1900 herum, also Ende des 19. Jahrhunderts. Was müsste das gewesen sein? Ich hoffe, da erzähle ich jetzt keinen Blödsinn. Ja, es war Anfang 20. Jahrhundert. Offensichtlich Anfang 20. Jahrhundert. Aber ja, da bin ich nur ein paar Jahrzehnte daneben. Das passt schon ganz gut. Der Mann, von dem weiß kein Mensch was, der war trotzdem unglaublich wichtig bei diesen ganzen Arktis-Expeditionen und hat schier unvorstellbare Leistungen erbracht. Liest sich auch toll. Ist halt in Englisch. Ich komme da nur langsam vorwärts. Aber liest sich trotzdem toll. Es ist verständliches Englisch. Ich komme da gut mit zurecht. Ich brauche nicht noch das Wörterbuch nebenher. Und es sind auch ein paar Bildchen drin, meine ich. Ja. Ja. Hier mal ein Zitat. Ups. Ganz kurz. Tolles Buch. Da bin ich wirklich sehr begeistert. Das wird mich auf den nächsten Bahnreisen vor allen Dingen als Lektüre begleiten. Und Busreisen natürlich. Und wann immer ich mal irgendwie unterwegs bin und Zeit habe, um während einer Fahrt oder sowas dann noch was zu lesen. Da ist das ideal. Oder halt auch natürlich nochmal ein bisschen als Abendlektüre. Wobei als Abendlektüre, muss ich ganz ehrlich gestehen, es ist halt Englisch. Das ist dann anstrengend. Da werde ich dann nicht so müde, wie ich es werde, wenn ich was Deutsches lese. Und deshalb würde ich da tendenziell was Deutsches bevorzugen. Aber ich werde es noch zu Ende lesen. Ich habe es noch nicht ganz durch. Und tolles Buch. Wirklich tolles Buch. Vielen Dank. Und ich wusste von dem Mann auch nichts. Und das stimmt schon. Man sollte sich definitiv mit diesem Herrn hier mal auseinandersetzen. Das ist definitiv so. So. Ich muss ganz ehrlich gestehen, leider bei den ganzen Dingen, die jetzt angekommen sind, geschenketechnische Art, dass ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher bin, in welchem Paket dieses Buch drin war. Ich kenne es tatsächlich noch nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich noch nicht gelesen. Ich kannte natürlich, also vor dem Titel kennt man, klar. Man kennt auch den Autor, zumindest grob, wenn man sich so ein bisschen mit, sagen wir mal, skandinavischer Literatur auseinandersetzt, was ich ja durchaus tue. Und das wollte ich auch tatsächlich immer mal lesen. Alleine schon, da habe ich mitreden kann. Und jetzt habe ich es. Und ich hatte es noch nicht. Und vielen, vielen, vielen Dank auch dafür. Und es tut mir leid, dass ich das nicht mehr zuordnen kann, von wem das jetzt exakt gewesen ist, also in welchem Paket. Das ist natürlich doof. Das passiert mir selten, aber sorry. Trotzdem vielen, vielen, vielen Dank. Und eine Freude hast du mir auf jeden Fall gemacht. Das definitiv. So, kommen wir zum, 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 nee, machen wir noch mal, machen wir erst mal, müsst ihr kurz mitkommen. Müsst ihr kurz mitkommen, weil ich hatte keine Lust, sich extra auf den Tisch zu stellen. Also, wir haben hier am Boden, da, da, da seht ihr, das ist ein großer Stapel, ein großer Stapel Ordner. Und diese Ordner bilden zusammen das Handbuch der Bodenuntersuchung. Bodenuntersuchung. Das ist natürlich ideal, von meiner einer. Das kann ich auch ganz hervorragend gebrauchen. Also, das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Da steht so ziemlich alles drin, was man in irgendeiner Form wissen können, sollen, möchten, oder auch nicht möchten, äh, trotzdem vielleicht können, sollen, bräuchte, oder vielleicht eventuell mal brauchen könnte. Zum Thema eben Bodenuntersuchung, wirklich ganz, ganz, ganz toll. Das kann ich hervorragend brauchen. Ich werde es auch noch ins Regal integrieren, selbstverständlich. Ich muss nur erst mal ein bisschen überlegen, wo ich da am blödesten Platz für schaffe. Kommt schon in den Büchertull, aber, äh, beziehungsweise Büchergang, aber, ja, muss noch, muss ich noch in Ruhe dann irgendwann mal einordnen. Äh, da brauche ich auch gar nicht mehr viel zu sagen. Dazu gehört noch dieses Kleine, die kleine Ausführung, die bodenkundliche Kartieranleitung. Tatsächlich habe ich noch eine ganz alte Auflage rumliegen. Äh, die hier ist etwas aktueller, daher hervorragend. Mhm. Herausgegeben von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Yay! An die geologischen Landesämter. Yay! In der Bundesrepublik. Yay! Man kennt auch ein paar der Autoren. Hat man schon mal gehört. Vom einen oder anderen. Ja, also das ist die vierte und erweiterte Auflage aus Hannover von 1994. Ähm, beziehungsweise berichtigter Nachdruck aus 1996. Und, äh, mein eigenes ist, glaube ich, noch irgendwo aus den, aus den, früh, späten 80er Jahren, meine ich, mich zu erinnern. Jedenfalls, es ist älter. Und von daher eine Aktualisierung, vierte und verbesserte Auflage. Stehe ich auch noch mal vorne drauf. Sehr, sehr schön. Ähm, ähm, ich habe noch nicht bodenkundig kartiert. Es ist aber super zu wissen, wenn man das mal nachlesen kann. Und da sind auch noch diverse schöne Anleitungen, wie man Profile ansprechen kann und so weiter drin. Und es hat ein sehr handliches Format für draußen im Wald, da ich mich zurzeit sehr oft wieder sehr intensiv mit Bodenkunde beschäftige und dazu dann auch noch diverse Videos plane. Äh, kommt das eigentlich wirklich wie gerufen? Und ich soll es nicht erwähnen, aber da war ja noch was anderes dabei. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und das ist natürlich eines der nützlichsten Dinge, die ich in letzter Zeit so geschenkt bekommen habe. Vielleicht sogar eine der nützlichsten Sachen, die ich jemals geschenkt bekommen habe. Also ich würde es in der Top 3 definitiv einordnen. Also das ist wirklich unglaublich nützlich. Man kommt an sowas ja auch nicht so dran als Orthonormalverbraucher. Aber ich soll es nicht erwähnen, deshalb sage ich nur, wie nützlich das ist. Ähm, ja, jetzt haben wir damit schon angefangen. Dann ein Satz Behältnisse. Interessante Anmerkungen, die du dazu noch gemacht hattest, schriftlich. Äh, sowas hier zum Beispiel. Das ist im Grunde, ja, zu verwenden wie ein Paddling. Ja, wir haben ja alle Paddlinge im Einsatz. Das Coole ist aber, ein Paddling ist vergleichsweise schwer. Das hier wiegt wirklich nichts. Das, das, das wiegt überhaupt nichts. ganz dünnwandig. Ein Paddling darf ja auch nicht dünnwandig sein. Da soll ja eine ganze 0,5, oder 1,5 Liter Flasche draus aufgepustet werden. Und, äh, die wiegen wirklich so gut wie gar nichts und lassen sich wunderbar als Paddlingersatz eben entsprechend, äh, oder was heißt das Paddlingersatz? Wie ein Paddling verwenden. Und man kann sie übrigens auch, da sie zwar durchaus spitz zulaufen unten, seht ihr das? Äh, aber auch nochmal hier so ein Rand haben, kann man sie auch hinstellen. Finde ich, ist auch einfach ein ganz nettes Feature. Mist, das war wieder ein Rizismus. Dann hier so, äh, gefühlt rein Pinkelbecher. Ha, 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 ha. Auf super für verschiedene Zwecke. Ähm, und die gibt es auch noch in klein, als quasi Reagenzglas, äh, ich weiß nicht, ob die, haben die auch einen speziellen Namen? Ich kenne mich nicht hundertprozentig aus mit all den Dingen, die es im Labor so gibt. Und noch so kleine, äh, davon hatte ich auch schon mal ein paar andere geschenkt bekommen, woanders, aber da kann man auch nicht genug von haben. So kleine Spritzflaschen. Super für Spiritus. Also man kann die zwar meines Wissens nicht weiter aufmachen als so wie sie jetzt sind, aber was man super machen kann ist, rein und Flüssigkeit aufsaugen. Funktioniert wunderbar. Also für Spiritus wirklich ganz ideal. Gerade wenn man so für einen Tee Spiritus dabei haben möchte oder was, dann finde ich diese Flaschen ganz, ganz super. Vielleicht fährt man auch irgendeine andere Verwendung an. Man könnte auch Mückenschutzmittel reinmachen. Ebenfalls Bestandteil von der Lieferung, Anführungszeichen, von der ich gerade spreche, war dann noch dieser sehr unterhaltsame Sack. Also da, okay, ich gebe zu, da hast du mich reingekriegt. Da hast du mich echt reingekriegt. Ein Kilo Natriumglutamat. Ich habe wohl einmal zu oft betont, dass ich das Zeug einfach brauche. Also was ich, ganz ehrlich, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, was ich mit einem ganzen Kilo von dem Zeug anfangen soll. Aber lustig ist es und wir können ja mal ein bisschen experimentieren, ob man damit nicht irgendwie seine eigene Würzmischung von verschiedenen interessanten Dingen zusammenstellen kann. Ich glaube, das war auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, was du genau im Sinn hattest mit dem Kilo, was ich tun soll. Aber was ich versuchen würde, wäre wirklich bei selbstgemachten Fertig-Tracking-Essen-Mischungen, also so Tütchen, die man wirklich komplett aus Zutaten selber zusammenbaut, dass man dann davon noch ein bisschen was dazu tut. Das ist sicherlich, muss ich mich noch mit Chefin darauf einigen, dass wir das tatsächlich tun. Aber ich denke, das wäre wirklich eine sinnvolle Anwendung von einem Kilo von dem Zeug. Ja, das sollte es gewesen sein, was das Paket angeht. Wir kommen zum nächsten und damit tatsächlich auch letzten Paket. Ich versuche mich ja ein bisschen kurz zu fassen. Da haben wir zunächst mal dieses E-Book. Ich habe es jetzt nicht gegoogelt. Ich meine das schon mal irgendwo in irgendeinem Zusammenhang gehört zu haben. Im Großen und Ganzen habe ich da wenig Ahnung, was das jetzt genau ist. Die sieben hermetischen Gesetze sagt mir überhaupt nichts, werde mich damit aber auf jeden Fall auseinandersetzen. Vielen Dank. Das ist mal wirklich was ganz, ganz anderes. Da habe ich überhaupt keinen Schimmer von. Ich kann in dieser Hinsicht sicherlich meinen Horizont in irgendeiner Weise dahingehend erweitern, dass ich entweder dann weiß, worum es geht und damit eventuell nicht einverstanden bin. Ich kann dir jetzt wirklich nicht versprechen, dass mich das jetzt völlig überzeugt. Ich weiß auch noch nicht, was das ist. Das sagt mir halt so überhaupt nichts. Aber, aber, aber ich kann dir versprechen, dass ich mich damit etwas auseinandersetzen werde. Und Ergebnis werden wir dann sehen. Sollte ich dann da irgendwelche enormen Weisheiten draus ziehen können, dann lasse ich dich das in irgendeiner Form wissen. Doch, ja, interessant. Da denke ich mal ganz was anderes. Aber sagt mir überhaupt nichts. Sagt mir überhaupt nichts. Also ich habe wohl gelesen, was da hinten draufsteht, aber das sagt mir auch nichts. Also, da werde ich nicht schlau draus. Bin also wirklich gespannt. Ne, ist die vorletzte Sache. Es gibt noch eine letzte Sache nach dem, was ich jetzt gerade... Dann hingegen sehr wohl sagen mir was die nordischen Mythen und sagen... Das ist ganz, ganz toll. Also dafür definitiv vielen Dank. Da kann ich schon auf jeden Fall sagen, dass ich damit viel Spaß haben werde. Kommt ins Auto, weil es sind ja CDs. Ist also ideal für lange Autofahrten, Hörbuch hören. Ich habe gerade das letzte Mal, als ich eine längere Autofahrt hatte, festgestellt, ja, okay, die ganze Zeit Radio hören wird irgendwann auch langweilig. Hab dann mal auch so Kultursender, die quasi keine Musik machen, sondern nur intelligente Dinge erzählen, in Anführungszeichen. Habe ich dann drauf umgeschaltet. Und das ging ganz gut, aber da hätte ich mir genauso gut quasi auch so eine CD anhören können. Außerdem ist dann der Empfang besser, weil der war immer mal wieder zwischendurch schlecht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das interessiert sicherlich auch die Evelyn. Das sind ein Haufen CDs. Sechs, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Genau, sechs Stück. Und ja, doch, sicherlich super, super, super spannend. Äh, mit diversen Gestalten, von denen man schon mal was gehört hat. Hier Loki, Hel, Hermund, den kenne ich jetzt nicht. Auch ein Sohn des Odin, aha. Ein Hönier, den kenne ich dann wieder. Das war, glaube ich, ja, ja, Söhne, Jötenheim. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Das gibt es ja auch als Gebirge. Da bin ich schon gewesen. Ähm, ja, ja, ja. Müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Ich bin sehr gespannt. Das würde ich mir mit großem Genuss zu Gemüte ziehen. Ich habe auch keine anderen Hörbücher derzeit, die ich noch nicht gehört hätte. Ähm, übrigens auch diese Dose ist toll. Ähm, kann man auch super brauchen. Und den Inhalt, ich habe jetzt einen Teil vom Inhalt zugegebenermaßen schon woanders. Einmal Schocki, heiße Schocki. Habe ich noch nicht aufgemacht. Äh, muss erst noch eine andere austrinken, die ich gerade noch offen habe. Wäre ja blöd, die jetzt extra aufzumachen. Da gibst du mir sicherlich recht. Sieht aber sehr lecker aus. Äh, sweet. Sprich, da ist auch noch ein bisschen Zucker drin. Sehr gut. Hervorragend. Hervorragend. Ähm, bin ein böser Mensch. Ich mag Zucker. Und außerdem haben wir hier einmal, und davon jeweils drei Säcke, Kaffee. Äh, von der Marta Mühle, Kaffeehörsterei und auch schön in der alufreien Tüte. Sehr, sehr schön. Gefällt mir jetzt echt gut. Das ist zwar nur ein kleines Detail, aber irgendwie ist das auch nochmal cool. Ähm, kräftig, was gut ist, weil, gell? Ja. Ja. Ähm, das ist jetzt so gedacht gewesen, hattest du auch extra nochmal dazu geschrieben, dass der Kaffee quasi dafür da ist, mein Leben zu retten, damit Chefin morgens ihren Kaffee bekommt und mich nicht tötet. Von daher funktioniert hervorragend. Wir haben heute Morgen mal eine andere Tüte aufgemacht gehabt, äh, und das hat ja auch sehr gut geschmeckt. Und er lebt immer noch. Ja, ich lebe noch. In dieser Gelegenheit könntest du eigentlich Danke sagen, Schatz, wenn du magst. Ja, vielen Dank. Ja, schmeckt sehr, sehr lecker der Kaffee. Okay. Und Espresso gibt's auch noch. Jeweils drei Tüten. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Äh, ich war so frei und hab meiner Mutter auch noch ein bisschen was abgegeben, beziehungsweise er will hatte nichts dagegen. Die mag auch Kaffee. So, ähm, schön verpacken. Schön verpacken. Und, also dazu gehört noch diese Tasche, die zeige ich gleich, ein Tage. Und zwar, ups, da wickele ich schon aus Versehen auf. Ich hab's mal spaßeshalber komplett aus der Verpackung genommen. Äh, einfach mal um zu gucken, wie kompakt ist denn das eigentlich? Und es ist tatsächlich sehr kompakt. Das ist ein 3x3 Meter Tarp bei der Größe. Und man kann sich sogar noch ein bisschen zusammenquetschen, dann wird's sogar noch ein bisschen kleiner. Also wirklich super Packmaß. Also da bin ich absolut begeistert von. Da hab ich kein, kein so großes Tarp, das mit so einem winzigen Packmaß auskommt. Äh, außerdem hab's Abspannpunkte ohne Ende. Und es ist sogar noch von Helikon-Tex, also, 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 ich glaub ich schon ein bisschen was Hochwertigeres. Ja, vorsichtig ausgedrückt. Wir werden's gleich ausprobieren. Wir gehen gleich in den Wald und kochen ein bisschen was. Das will ich nicht groß filmen. Aber dann würden wir dieses Tarp noch nehmen und, äh, gleich quasi ausprobieren. Ist schwarz, ist glaub ich auf der anderen Seite auch schwarz. Finde ich super. Ist mal was anderes. Ah ja, das ist, ah, guck mal hier. Äh, Außenseite habt ihr jetzt gesehen. Innenseite ist nochmal so ein bisschen Feineres. Da ist die Silikonbeschichtung drauf. Die ist also auf der Innenseite, nicht unbedingt auf der Außenseite. Sehr geschickt gemacht. Äh, es wiegt. Ich hab's nicht, ich hab's nur grob mit Omas Küchenwaage nachgewogen, 750 Gramm. Für einen 3x3 Tarp ist das auch sehr, sehr gut, würde ich sagen. Und, ähm, ja, toll. Also, Tarp, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, noch die Tasche dazu. Äh, die ist ganz interessant. Die hat hier nämlich nochmal einen Netzbereich. Also, auf der Unterseite oder Oberseite, nachdem man möchte, ist hier nochmal so eine Netzeinlage in der Tasche. Dann hat sie hier noch so lustige Ösen an allen vier Seiten. Damit könnte man sie also oben am Rucksack festmachen. Ähm, Reißverschluss ist hier draußen in der Mitte. Dann gibt's nochmal, ich hab's nochmal einen anderen Beutel. Da soll das Farb eigentlich rein. Das ist nochmal der Innenbeutel sozusagen. Und ich vermute, dass diese Außentasche gedacht ist, dass man's besser am Rucksack außen anbringen kann, damit's besser trocknen kann, wenn's nass ist. Was ja auch eine super Sache ist. Dann schimmelt's schon nicht. Und, äh, auch nochmal eine tolle Zusatztasche. Die wiegt allerdings noch ein paar Gramm. Ich würde sie also nur dann mitnehmen, wenn ich damit rechne, dass ich sie auch brauche. Ja, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, tolles, tolles Geschenk. Und gerade das Tarp, ich muss gestehen, das kann ich super brauchen, weil ich hab kein, kein, ich hab zumindest keinen 3x3 Meter, seit wir zu zweit sind. Ich hatte, bevor wir zu zweit waren, hatte ich nochmal irgendwann gemeint, ich brauch keinen 3x3 Meter Tarp, weil ich bin eh alleine unterwegs. Ja, und dann plötzlich hab ich doch einen 3x3 Meter Tarp gebraucht. Ich hab auch eins. Das ist aber, das ist auch schön leicht, nur hat's zu wenig Abspannpunkte. Da gibt's schon Situationen, da wünscht man sich echt mehr Abspannpunkte. Und das ist hier nicht das Problem. Also, es gab eine Skizze dazu, ich hab's jetzt grad nirgendwo mehr, mehr griffbereit, aber, äh, das hat wohl wirklich jede Menge Abspannpunkte, nach dem, was ich da gesehen habe. Ähm, und das Problem ist damit dann also auch gelöst. Schwarz ist auch meine, wirklich, wirklich meine alternative Farbe, finde ich auch gut. Und, hattest du noch irgendwas dazu geschrieben? Äh, äh, ich glaube nicht. Äh, Kaffee trinken rettet Menschenleben. Ähm, ja, ja. Das müsste es gewesen sein. Also, wie gesagt, Tarp, wirklich ganz toll, vielen Dank. Und wir kommen zu, äh, einer Ergänzung zu meinem Notfall-Autorucksack. Nachdem ich dann immer erst zum Kofferraum rennen muss, um an mein Werkzeug ranzukommen, ist das natürlich nicht ganz optimal, und das stimmt. Und es hat auch noch einer angemerkt, ich soll doch vielleicht noch ein Feuerlöscherchen mit ins Auto schmeißen. Schatz, gibst du mir mal den Feuerlöscher, bitte? Ja, da beim Erste-Hilfe-Material. Den, das, 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 das hatte ich nämlich auch noch vor, äh, dass ich den, den werde ich auch noch hinten reinschmeißen. Weil, ich glaube, ein Feuerlöscher ist echt nochmal eine gute Idee. Jetzt, gerade wenn man dann bei Autounfällen etc. pp. dann vielleicht, der ist zwar nur klein, und der ist auch kein besonders toller und kein besonders hochwertiger, aber hey, es ist immerhin ein Feuerlöscher, und ich denke, den werde ich auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Hier ist noch so eine Halterung dran, die mache ich dann ab, die brauche ich dann ja für das Auto nicht. Ähm, der steht normalerweise deswegen im Keller, weil es ja vorkommt, dass in diesem Keller hin und wieder mal was brennt. Vielleicht kaufen wir noch einen zweiten. Also, auch einen im Keller zu haben, ist sicherlich nicht ganz verkehrt. Ähm, Evertings guckt gerade voll überrascht, dass ich tatsächlich einen Feuerlöscher im Keller habe. Aber ich würde ihn hier behalten. Hier brennt es häufiger als im Auto. Ja, jedenfalls das hier ist, äh, das, äh, Schweizer Rescue Tool. Das habe ich auch schon mal gesehen gehabt, also in, in, in Bildform, äh, auf dem Bildschirm. Äh, ganz, ganz, ganz toll durchdachtes, äh, Rettungswerkzeug. Da gibt es ja verschiedene Messer, die das können. Es gibt auch welche, die haben extra keine richtige Klinge drin, damit sie auch jahrschön 42a-konform sind. Da hat man hier drauf geschissen und, äh, trotzdem eine richtige Klinge reingebaut. Ich meine aber, es gäbe da eine Sondererlaubnis vom BKA, meine ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber. Ich meine es, wer das besser weiß, kann es gerne in die Kommentare schreiben, dass man das Ding auch trotzdem führen darf. Insbesondere, wenn man da irgendwie einen glaubwürdigen, einen glaubwürdigen Grund für hat. Äh, weil man beispielsweise beim Rettungsdienst arbeitet oder sich gerade mitten in einem großen Massenkarambolage autotechnischer Art befindet oder sich mit diesem Ding gerade aus dem Auto rausgeschnitten hat. Ich glaube, in diesem Moment darf man es dann auch führen, obwohl es ein Einhandmesser ist, ne? Ja, cool finde ich wirklich mal einfach ein Rettungsmesser, dass wenigstens zumindest eine normale, also die hat natürlich einen Teilwellenschliff, die kennen wir, diese Klingen, ne? Wer schon mal sich mit Schweizer Messern auseinandergesetzt hat, hat so eine Klinge bestimmt schon mal gesehen. Ähm, ich habe allein jetzt, das ist die dritte, die ich jetzt davon habe, was nicht schlimm ist, ne? Ich finde das ideal, weil sie einfach den Wellenschliff oben angebracht haben und nicht da, wo man schnitzt. Man hat also eine glatte Klinge zum Schnitzen und oben hat man einen Wellenschliff, wo man ihn auch braucht, weil man dann irgendwie, wenn ich mal Ratsch machen möchte, zum Brotschneiden sind die übrigens ideal, einfach zum Brot aufschmeiden, Brot schmieren, irgendwie sowas. Bin ich da besonders praktisch, auch generell als Essmesser, als Kochmesser. Dafür ist das natürlich nicht gedacht, aber die Klingenformen kann man dafür verwenden. Also das ist schön. Und außerdem hat es dann hier einen Glasbrecher, hier oben drauf, aus der Spitze. Man kann es hoffentlich, spätestens jetzt kann man es erkennen. Der ist so richtig schön, das könnt ihr nicht sehen, aber ich sage es euch, der ist so richtig schön vierkantig. Also wenn der eine Scheibe nicht kaputt macht, dann weiß ich auch nicht, was eine Scheibe kaputt macht. Wir haben eine Frontscheibensäge. Es gibt auch eine Gebrauchsanweisung dazu. Also im Idealfall hast du Handschuhe an. Oder hast du noch welche dabei, ich schmeiße mir noch welche ins Auto. Haust die Scheibe ein, dann hat sie ein Loch. Die fliegt ja jetzt nicht sofort in Scherben raus, ist ja Sicherheitsgras. Dann kannst du durch das Loch mit der Frontscheibensäge rein, kannst die Frontscheibe entsprechend aufsägen. Und entweder bringst du dich selber, bist du drinnen und willst raus oder du bist draußen und willst rein. Und falls letzteres der Fall ist, dass du draußen bist und rein willst, dann hast du noch einen Gurtschneider. Und der ist dahingehend schön, dass man damit niemanden erstechen kann. Also dass du aus Versehen jemanden erstichst, während du versuchst, seinen Anschnallgurt aufzuschneiden, wäre auch ein bisschen dumm gelaufen. Das könnte man natürlich theoretisch auch mit der richtigen Klinge machen. Aber es soll ja schnell gehen und da kommt es tatsächlich auf Sekunden an. Und daher ist das ein ganz, ganz wichtiges Gerät, meiner Meinung nach. Am besten, weil spiekst du da jemanden ein kleines bisschen und es tut jetzt nicht gut, sich damit an der Brust rumzuspieken. Aber wirklich verletzen kann man damit, muss man sich schon ganz dumm anstellen. Und damit ist der Anschnallgurt wahrscheinlich wirklich super, super schnell durch. Testen wir das mal hier. Oh, wie Butter. Das ist auch voll das gute Kartonzerlegemesser. Das nehme ich ab sofort in meinem Kartons. Ich habe relativ viele Kartons hin und wieder mal rumstehen. Ideales Kartonzerlegemesser. Es kommt ins Auto. Ja, es kommt ins Auto, aber ich kann es ja aus dem Auto rausnehmen, Kartons zerlegen. Auto und Mülltonnel sind sowieso nah beieinander. Und das ist, glaube ich... Evelyn hat auch eins. Schatz. Vielen Dank. Und wir haben es auch ins Auto und die Kartons auseinandernehmen wieder zurück. Plan wäre wirklich, dass wir dann einfach in beiden Autos, also quasi immer mindestens eins von diesen Messerchen dabei haben. Gut, da werden wir selten zwei dabei haben, wenn sie nicht jeweils, weshalb wir selten mit beiden Autos rumfahren. Aber das ist auf jeden Fall... Das sind die Rescue-Funktionen. Es gibt zusätzlich noch einen Schlittschraubenzieher, wieder den arretierenden. Und da hatten wir schon mal irgendwo diskutiert, wozu ist denn der arretierende Schlittschraubenzieher eigentlich gut. Ich habe mich inzwischen schlau gemacht. Der ist tatsächlich als Brechheißen gedacht, also um Kisten zu öffnen. Irgendwelche Deckel von Kisten hochzuhebeln. Man könnte ihn jetzt im Rahmen eines Rescue-Tools sicherlich noch zum Aufbrechen von Handschuhfächern verwenden. Das klingt jetzt erstmal eher nach einem Einbrechtool, aber vielleicht ist da ja irgendwas Wichtiges drin. Der Mensch ist verletzt und kommt da nicht dran, will da aber dran, hat seinen Schlüssel, findet seinen Schlüssel nicht und das Handschuhfacher ist abgeschlossen. Vielleicht irgend sowas. Das ist jetzt nicht sehr realistisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das dann so gedacht haben. Ja, bitte? Da ist unten noch ein Drahtabisolierer mit dran. Ja, korrekt. Und ein Drahtabisolierer, wozu man den jetzt bei Rescue-Operationen braucht, wahrscheinlich gar nicht. Aber ja, der ist auch noch dran. Und ein Flaschenöffner. Ist ja gar nicht mal so unwichtig für das Bier danach. Wir haben auch keinen Korkenzieher, sondern einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Und die Aale, die gute Victorinox Aale, ist auch dabei. Die ist auch immer sehr nützlich. Diesmal ohne Loch. Keine Nähe Aale, aber zum Löchermachen reicht's. Ich glaube, das war... Ah ja, und natürlich mit der obligatorischen Pinzette und auch mit dem Scharnstocher. Den ich vielleicht noch mit einem Firesteel austauschen werde. Weil ich habe, glaube ich, noch einen Victorinox-Taschenmesser-Firesteel aus einem anderen Danke-Video. Von einem anderen Päckchen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür auch. Habe ich da noch einen übrig. Mal gucken. Andererseits, manchmal ist so ein Zahnstocher auch gar nicht so schlecht. Jo! Ah, da habe ich noch eins vergessen. Eine Kleinigkeit noch. Das war beim vorhergehenden Päckchen. Also das mit dem Tarp. Dabei, das ist ein Feuerzeug. Das Feuerzeug ist, glaube ich, nicht so wichtig. Es ging mir wohl eher um die Schutzkappe für Feuerzeuge. Mit der man... Nee, das ist aus dem vorvorgehenden. Das ist das Päckchen mit dem Handbuch der Bodenuntersuchung. So rum. Genau. Da war das noch dabei. Es lag ganz unten. Und ja, also so eine Schutzkappe. Ich meine, da war das dabei. Ja. Ja. Schutzkappe für Feuerzeug. Dann kann man es nicht, wenn man es dabei hat, aus Versehen draufdrücken. Und dann verliert man die ganze Zeit Gas oder was weiß ich, irgendwie doof erklemmt im Rucksack oder so. Und das wird halt verhindert durch diese Schutzkappe. Und ist natürlich dann auch besser vor Wasser geschützt. Weil wenn die nass werden, funktionieren sie ja auch nicht mehr. Vielleicht, vielleicht damit der ideale Survival-Gegenstand, um Feuerchen zu machen. Man hat zwar nicht so viele Zündungen wie mit einem Firesteel, aber man hat auch nicht das Problem mit einem Firesteel auch bei Stress, bei alles Kacke, bei sonst was bedienen zu müssen. Und das Thema Feuerzeug kann nass werden. Dann funktioniert es nicht. Spielt damit jetzt nicht so sehr eine Rolle. Und Feuerzeug kannst du nicht ewig lagern, weil es langsam Gas verdiert. Spielt auch eine weniger große Rolle, denke ich, wenn man so eine Schutzkappe drum hat. Also was ganz, ganz, ganz Sinnvolles. Aber man kann sich ja bekanntlich super darüber streiten, was denn nun das Ideale ist, um Outdoors Feuerchen zu machen. Ob man da jetzt unbedingt, ne, kann man sich ganz toll drüber streiten. Muss jetzt in diesem Video nicht passieren. Ich habe dazu schon Videos gemacht, wo das genau sowas diskutiert werden darf. Soll und kann. Wenn ihr es jetzt unbedingt hier nochmal drunter schreiben müsst, dann müsst ihr das halt tun. Aber ansonsten müsste es das gewesen sein. Kiste ist leer, bis auf noch ein Brieflein und einer leeren Plastiktüte. Du wolltest dazu noch was machen. Aber das ist ein anderes Ex-Separates-Video. Ja. Ja, also damit bin ich dann auch wieder up to date, was die Dankeschöns angeht. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank also an alle Beteiligten. Ich bin auch am überlegen, ob ich nicht nochmal ein separates Video zu diesen Dingern mache, nachdem ich mich zu denen noch ein bisschen mehr in die Materie eingelesen habe. Da muss ich schauen, inwiefern ich da genug finde, was ich dazu sagen möchte. Und ansonsten, ja, ja, ja. Und hier, das, da, da, da. Da gibt es noch eine Rückmeldung, wenn ich dazu noch was zu sagen haben sollte. Ansonsten, das Tab, wie gesagt, das werdet ihr noch ein paar Mal sehen. Ich denke, das wird mein neues Primär-Tab für die allermeisten Tun, wo wir zumindest zu zweit sind. Zu zweit, ja. Ich brauche keine 3x3 Meter, wenn ich alleine bin. Aber zu zweit wird das sicherlich das neue Primär-Tab werden. Wenn ich mich mal tarnen will, habe ich ja noch das British Army Standard Hotel Accommodation. Das ist auch wirklich super. Das benutze ich auch gerne, aber oft nicht, weil ich irgendwas filmen möchte, sondern wenn ich wirklich Privat einfach so mal draußen bin. Das ist so mein derzeit Standard-Tab für alleine unterwegs. Und ich will nicht super leicht sein, dann nehme ich auch nochmal was anderes. Aber, ja, ich denke, genug gelabert. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal. Sorry, dass das so lange gedauert hat für den einen oder anderen jetzt mit den Dankeschön-Videos. Das ist auch ein Sorry an die Leute, die halt Autoren sind. Ist nicht böse gemeint, aber ich hoffe, ihr versteht's, wo da mein Problem in Anführungszeichen liegt. Das war's. Tschüss.